Programmieren mit Scratch. Wie geht das? Erstellen wir nun ein einfaches Scratch-Programm, um mit der Arbeitsweise von Scratch vertraut zu werden. Die meisten Scratch-Programme beginnen mit dem Befehlsblock, wenn grüne Fahne angeklickt, den wir in der Befehlskategorie Ereignisse finden. Dieser Befehl bedeutet, dass alle Befehle, die wir darunter anordnen, ausgeführt werden, sobald wir die Schaltfläche grüne Flagge anklicken. Wir wählen nun einen Befehl aus der Kategorie Bewegung. Und zwar gehe Zehnerschritt und docken den Baustein an den Skriptkopf an. Mit diesen beiden Blöcken haben wir das erste Miniprogramm fertiggestellt und können es mit einem Klick auf das grüne Flagge-Symbol testen. Bei jedem Klick bewegt sich die Figur Katze einen Zehnerschritt. Wir erweitern nun das Programm mit dem Befehl Drehe dich um 15 Grad. Klicken wir auf die grüne Flagge, bewegt sich die Katze zuerst um einen Zehnerschritt und macht danach eine Drehung um 15 Grad. In den Wertefeldern der Befehlsblöcke im Skriptbereich können wir die Werte nach Bedarf verändern. Wenn uns der Zehnerschritt zu klein ist, können wir diesen Wert zum Beispiel mit 15 oder 20 ersetzen. Es ist nun unspektakulär und auch mühsam, diese Befehlsabfolge immer per Mausklick auf die grüne Flagge auszuführen. Um Befehle mehrfach wiederholt ausführen zu können, gibt es in allen Programmiersprachen, also auch in Scratch, sogenannte Schleifen, die man mit verschiedenen Start- und Endbedingungen versehen kann. Eine einfache Variante wäre eine Schleife, die sich so lange wiederholt, bis der Benutzer auf die rote Stopp-Schaltfläche klickt. Wir stellen in Scratch diese Schleife mit dem Befehl Wiederhole fortlaufend, den wir in der Kategorie Steuerung finden. Diese Schleife fügen wir in den Skriptbereich ein. Danach ziehe ich die gewünschten Befehle in die Schleife hinein. Danach docke ich die gesamte Schleife wieder an den Skriptkopf an. Wenn wir nun auf die grüne Flagge klicken, werden die Bewegungsbefehle so lange abgewickelt, bis wir auf die rote Stopp-Schaltfläche klicken, um das Programm zu beenden. Auf diese Art und Weise lassen sich in Scratch 2 mit den Befehlen aus diesen verschiedenen Kategorien relativ einfach Programme zusammenklicken, indem man die Befehle in den Skriptbereich zieht und miteinander kombiniert. 6, 4, 5, 3, 2, 1 6, 4, 2, 1 10, 10, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 15, 17, 20, 25, 16, 19, 20, 25, 20, 25, 21, 21, 29吧.